Ah, Schwäge-Modus. Bei mir schwebt gar nichts. Ich bin ja soffen. Ich bin ja so gespannt. Ich bin ja so gespannt. Oh, da ist ein Kran. Da fiege ich drunter durch. Oh, Alter! Nein, nein! Oh, oh, oh! Gott, der Wind! Ah, da, ich sehe Licht. Ich sehe Licht. Hihihi! Das bin ich nervös! Lade sagt, du hast es gar nicht überlebt. Nicht wahr, Alter! Wirklich Mungo! Ich habe Volltrauung! Scheiße Scheiße Ah, Hubschrauber schnitter ab der Hubschrauber! Alter, was ist los? Das Ding macht sich auch fein! Alter, was ist los? Nett war! 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 Oho! 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 Nett war! Nett war! Alles gut bei euch? Geli, was war denn das für eine Luftaktion? Schipzer! Oho! Tschüss! Alter, was machst du denn? Arsch auf! Schei! It's all about making that GTA Was machst du denn da? 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 Oho! Ups! Ui! Ey, Alter! Da bremst du ab, du! Ich rasch nur raus! Shut the fuck, Alter! Ich bin von meinem Chat... Ich bin von meinem Chat! Ich bin von meinem Chat! Gekauft! Kein Bock da los! Nein! Nein! Was? Was? Was war das denn? Was war das denn? Warte, dann soll ich mich einmal her. Hohohohohohoho? Oh, mein Sinn! Oh mein Kopfschuss gelegt hat... Oh nein! Hahahaha! Hier. Halleluja, natürlich! Natürlich! Was glaubst denn du? Ich spring ab, ja? Du hast den Scheiß, jetzt springst du ab. Du wartest jetzt. Hast du noch Probleme? Na ja. Nee. Voll frei. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Luka, gib ihm jetzt, verstehst du? Luka, dreh um. Dreh, 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 dreh. Dreh, dreh, dreh. Jetzt kommt er bei dir, bei dir, bei dir kommt er. Er hat sich weggebrochen. Er hat sich weggebrochen. Ja, Mann! Ich dachte, das ist schlecht. Was ist das? Ich kann nicht noch mal so gut. Ciao. Was? NICHT denn? Oh, nein! Komm jetzt! Halt runter. Ich hab hier gericht. Neeeein! Uuu! Oh! Ist hier aufs Dach? Ja! Ok, bin ich. Oh nein, der ist bleib' gesprungen! Da muss ich wieder ein Mettröchen abholen, Mettröchen. Mettröchen. Ja, Mettröchen. Pass auf, pass auf, pass auf! Hahahaha! Hahahaha! Alter, leuchtet scheiß Videos aus. Wie so ein Rechtsfahrer, der plötzlich auf der Autobahn liegt, ausschärft, um irgendein Panzer zu holen. Hahahaha! Das ist nicht zu teuer, ey. Lass mich alle in so einem Moment rausgehen, ey. Ja. Ja. Was ist der Lärm, ey? Nein, wir spoilern schon wieder. Nein, wir spoilern schon wieder. Schon wieder der Spoiler. Wow, was ist das Sinn? Naja, ich muss jetzt gehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, viel Spaß! Danke! Ciao! 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 Ciao!